Binnendifferenzierung ist ja nicht nur möglich, indem ich eine Lernstation aufbaue oder eine Lernwerkstatt mache oder verschiedene Arbeitsblätter ausgebe. Es gibt ja noch einen ganz anderen wichtigen Punkt und der ist, dass ich ja eigentlich sehr viel Leerlaufphasen habe, wenn die Teilnehmer zum Beispiel einen Text lesen oder hören, ein Video anschauen oder etwas für die Prüfungsvorbereitung machen. Und wie ich das für die Binnendifferenzierung nutzen kann, das zeige ich dir in diesem Video. Ich würde im Unterricht gerne so viel machen, A2-Krimis lesen, Videos anschauen, Radioreportagen hören, aber oft habe ich das Problem, dass ich erstens nicht genug Zeit habe, also immer mit dem Stundenkontingent herumhandeln muss und zum anderen, dass meine Teilnehmer auch unheimlich heterogen ist. Die einen wollen dies, die anderen wollen das oder können dies, können das und ich bin immer zerrissen. Und dann ist es halt schwierig, wenn ich dann so viel machen will und Abwechslung reinbringen will, funktioniert es oft nicht. Gleichzeitig aber habe ich unheimlich viel Leerlauf. Also wie schon gesagt, ich habe Leerlauf, wenn die Teilnehmer irgendwas anschauen oder anhören. Und eigentlich habe ich diese Texte oft ja schon selber angehört oder angeschaut in entweder einem früheren Kurs oder auch in meiner Vorbereitung. Das heißt, ich brauche das eigentlich nicht nochmal, um sie da zu unterstützen. Sie können das auch alleine machen. Jetzt könnte ich also Kaffee trinken gehen, aber das will ich natürlich nicht. Ich will Zeit gewinnen für die Binnendifferenzierung, für individuelle Hilfen und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, ja, das wäre toll, wenn ich das nutzen kann. Aber es gibt zwei Probleme. Zum einen halt die Lautstärke, also wenn eine Gruppe einen Hörtext hört und ich mit einer anderen Gruppe gleichzeitig ganz anderen Unterricht mache, dann sind die beide voneinander abgelenkt, also eigentlich einfach abgelenkt. Und das andere ist halt auch diese Wissenssicherung, die Ergebnissicherung, die dann fehlt. Also habe ich so ein bisschen damit experimentiert. Ich habe ja generell einen sehr individuellen Unterricht, sehr ritualisierten Unterricht. Das heißt, ich habe verschiedene Phasen, die ich immer drin habe, wie zum Beispiel eine Individualphase, eine Spielphase, eine Wortschatzphase und so weiter. Also habe ich noch eine weitere Phase mit eingebaut, nämlich eine Medienphase. Und das Geheimnis ist im Grunde, versetzt zu arbeiten. Also ich habe zum Beispiel im Kurs zwei Hörtexte als Beispiel. Die müssen nicht aufeinander aufbauen. Die müssen auch nichts unbedingt miteinander zu tun haben, aber sie sollten in der gleichen Lektion sein. Oder ich habe einen Hörtext und ein Video, was ich auch im Kurs brauche. Dann kann ich es so machen, dass die eine Gruppe den Hörtext 1 hört und die andere Gruppe den Hörtext 2 hört und dass ich sie danach zusammenführe und sie sich darüber unterhalten. Das hat auch einen Riesenvorteil, weil ganz ehrlich, wenn ich einen Hörtext gemeinsam im Plenum anhöre und danach frage, so und worum geht es oder worum geht es im Video, dann ist es oft so ein Unterricht eigentlich ohne reale Welt. Weil ich weiß ganz genau, dass die anderen auch den Text gehört haben. Also wozu muss ich jetzt nochmal wiedergeben, worum es geht? Wenn aber beide was Unterschiedliches gehört haben, ist es auch viel authentischer. Das heißt, die Fragestellungen untereinander sind auch ganz viel interessanter wahrscheinlich und auch realer. Und es ist viel mehr Kommunikation dabei möglich. Also das ist ein schöner Nebeneffekt, auf den ich eigentlich gar nicht hier eingehen wollte im Sinne von der Binnendifferenzierung, aber der da durchaus eine Rolle spielt. Jetzt haben die sich beide das angehört. Jetzt könnte man einwenden, es ist aber nicht das Gleiche, wenn alle den gleichen Text hören und dann nochmal hören und so weiter, wenn sie dazwischen schon Fragestellungen bekommen oder halt erst die Fragen üben oder den Text erst mal hören, in dem es im Gespräch läuft und sie es dann erst als Original anhören. Aber man wechselt einfach ständig die Rollen. Also ich habe ja unterschiedliche Hörtexte. Das heißt, der Hörtext 2 ist für die erste Gruppe auch nochmal neu. Da hören sie jetzt erst mal nur diese Informationen, die sie im Gespräch bekommen, sind dann aber vielleicht ganz neugierig auf den Text, was ja auch eine schöne Relevanz hat. Und die aus der Gruppe 2 haben ja ihren Text gehört in der authentischen Situation. Das heißt, wenn ich dann verschiedene Rollen jedes Mal anbiete, erübrigt sich das Thema. Das Schöne ist jetzt, ich habe eigentlich Zeit. Also ich brauche nicht dabei sein. Und das ist eigentlich eine super Möglichkeit, um eine dritte Gruppe aufzumachen. Und ich habe eigentlich auch gar kein Hörproblem, also kein Lautstärkenproblem. Denn die beiden Gruppen hören ja. Ich mache es mit Kopfhörern, dass sie in verschiedenen Orten im Raum sich hinsetzen und mit Kopfhörern den Hörtext anhören oder das Video anschauen. Und dann habe ich Zeit für eine dritte Gruppe. Mit der kann ich jetzt richtig unterschiedlichen Unterricht machen, meinetwegen auch frontal, auch gerne an der Tafel. Also eigentlich Parallelunterricht. Ich kann individuelle Hilfen geben. Ich kann Phonetik üben. Ich kann die Grammatik nochmal anders erklären. Ich kann Dialoge üben. Und die Teilnehmer in dieser dritten Gruppe können also ganz genau auf ihre Bedürfnisse hin arbeiten. Und das ist natürlich hervorragend. Das ist ein ganz tolles Mittel, um in der Binnendifferenzierung klarzukommen. Was ich natürlich auch vermeiden möchte, ist ein riesen Medienaufwand zu betreiben. Das heißt, ich will nichts investieren oder ich will nicht groß was rumschleppen oder irgendwas beantragen oder sonstiges. Ich habe für meine Cosa eigentlich relativ wenig zur Verfügung. Deshalb bringe ich mir meine zwei ausrangierten Laptops mit. Und die habe ich eben an verschiedenen Stellen in der Klasse sozusagen als Medientische aufgestellt. Und die können jetzt die Teilnehmer nutzen. Das Einzige, was ich mir gekauft habe, sind sogenannte Audio-Weichen. Die sind ganz günstig und da kann ich in eine Audio-Weiche fünf Kopfhörer dran stöpseln. Das heißt, fünf Personen können jeweils mit einem Laptop arbeiten und einen Hörtext anhören. Das ist halt ganz praktisch, weil sie haben dann auch ihre Kopfhörer dabei. Meistens haben sie sie ja sowieso, weil sie ihre Handys ja immer griffbereit haben und dadurch auch oft die Kopfhörer. Wenn sie keine Kopfhörer haben, dann habe ich auch da wieder alte, ausrangierte, die wir dann mit Desinfektionsspray sauber machen. Und ansonsten kann ich einfach viel damit leisten, weil beide Gruppen sind beschäftigt. Beide Gruppen haben keine Ablenkung in der Lautstärke, weil sie ja die Kopfhörer aufhaben. Und die dritte Gruppe ist auch nicht abgelenkt durch das, was vielleicht als Hörtext oder im Video vorkommt. Also sie kann voll konzentriert auf mich sein. Und das ist natürlich hervorragend, weil ich so unheimlich schön arbeiten kann, ohne dass ich irgendwas weglassen muss, ohne dass ich irgendwie einen anderen Unterricht machen muss. Das Einzige, was ich mache, ist, diese Medienphase einzufügen und versetzt zu arbeiten. Und das hilft so ungemein und die Teilnehmer sind sehr, sehr dankbar dafür. Und dadurch, dass ich es jeden Tag wechsle, funktioniert es hervorragend. Wenn es euch interessiert, mehr über die Binnendifferenzierung zu erfahren, findet ihr wieder auf dem Blog ganz viel Informationen oder auch in dem Video über die Lernstationen oder das Video über die Expertengruppen. Da gibt es ganz viele. Klickt euch einfach durch.